Das ist Lili, ein Teil meiner kleinen Familie und nicht mehr aus meinem Herzen wegzudenken. Das ist Lili vor fünf Jahren, als sie mit acht Wochen zu uns kam. Lili hatte keinen optimalen Start ins Leben, denn Lili kam im Tierheim zur Welt. Sie ist eine von vielen Tieren, die darauf warten, ein liebevolles Zuhause zu finden. Und genau das haben wir ihr gegeben. Seit diesem Tag durften wir mit Lili so viele einzigartige Momente erleben, von denen ich keinen einzigen missen möchte. Kein Tag gleicht dem anderen und jeder Tag aufs Neujahr zaubert sie uns ein Lächeln ins Gesicht. Und genau diesen Moment möchte ich heute mit euch teilen. Lili und ich freuen uns, Teil der Purina We Are Better With Pets Kampagne zu sein. Mit dieser Aktion möchte Purina darauf aufmerksam machen, wie sehr Tiere unseren Alltag bereichern und hat gleichzeitig zu einer Spendenaktion aufgerufen zum Wohl unserer Vierbeiner. Ich freue mich, mit diesem Video und einem Blogbeitrag die Purina Kampagne zu unterstützen. Denn jeder Vierbeiner hat es verdient, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ihm zusteht. Denn sie sind es wert, jede Sekunde in ihrem Leben gehört zu werden. Denn we are better with pets. Denn sie sind nicht ihrer Strecke, Arbeit, die sie in personen verabschieden. Du siehst, sie sind nicht durch und dass sie nur damit sind. Und die Zitzen z santé zu werden, können sie in der Suche zustande gesucht werden. Du siehst, sie sind nicht in der Suche zustande. Dann haben sie dann zu einem Spray, ein bisschen schnittiges. Vielen Dank.